Am Dienstagmorgen ist es im Wiesenkamp in Volksdorf zu einem schweren Unfall gekommen. Der ältere Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 10.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Bürgersteig und erfasste einen Fußgänger. Nach Angaben der Polizei wurde der Fußgänger dabei schwer verletzt. Er wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Wiesenkamp war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Der Unfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.